Okay. Jetzt. Okay. Jetzt. Nein, immer noch nicht. Ihr durch die Tür wäre. Oder oben. Hier ist Aufzug. Was anscheinend direkt den richtigen Weg, den man genommen kann. Leider, ja. Ja, gut. Könnten natürlich wieder zurücklaufen. Wenn wir hier oben sind. Huch! Der hat's... die Deck gesprengt. Rechtlich, da kommt bestimmt Gegner. Das wär mal cool, dann sehen wir eigentlich nicht. Oh, 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 oh. Mal hier sind mal hier. Äh. Nachricht. Nachricht. Oh. Fast da, das Signal kommt immer näher. Sir, ich weiß ja nicht wie's ihnen geht, aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sache, wir bekommen bald alle zu fressen. Wat? Der Kommandant scheint so leicht gedamaged zu sein. So leicht. Nun ja. Ach, okay. Immer noch da hinten runter. Hey, Loot. Und ein neuer Plan. Quermetall Donner. Eine verheerende Nieden-Maschinenkanone mit Hightech-Raketenwerfer. Wieso modifiziert wurde, dass sie dem Benutzer minimalen Schaden zufügt. Klingt wie geschaffen für dich. Oh ja. Oh ja. Ja. Gibt's teuer. Kostet 700 Wolfram. 7 Monate. Ah, 680, um den Benutzer. Ah, ja, ja. Gut, für später mal. Irgendwann. Ganz spät. Hm? Hm? Ich werde mir jetzt aber erstmal schnell hinein... ...den Schaden verkaufen. So. Ah, ich könnte eigentlich noch ein paar Medi-Packs verkaufen. Stimmt. Ja. Hab ich mal eine Menge drin. Ach ja, ich hab die elektrische Aufladung. Okay. Ja, ich auch. Ohne mich halt, dass das beim Feuer auch geht. Äh, der. So. Ich mach da kurz, ich hab eine. So. 5. Passt. Ja. 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 Und dann... ...zum Sprengstofflager. Okay. TNT. TNT. Das ist bestimmt ne gute Idee. Ja. Geht aus. Bei einer Rakete explodiert's nicht. Aber bei ein bisschen Feuer schon. Ja. Ah, die braucht zwei Schüsse. Ja. Zwei Schüsse von irgendwas. Naja, sie sind noch gesichert und so weiter, ne? Warte, warte. Was für ein Schalter? Da ist... ...ein Aufzug. Ah, okay. Ich will jetzt nochmal umschauen. Gibt's irgendwas zu looten? Jetzt ne verriegeltes Hür! Hm. Nö. Dann... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ist doch soией, oder? Irgendwie, ne? Dein Und Trance-Br basta. Gib laptop nicht. So Korke für Lust das. Ist ok, vielleicht am besten. Ja. Oh, du kannst mal die falsche Taste Oh, du kannst mir die falsche Taste Der Raketenwerfer ist echt ein schlechter Ding. Was? Ach, Säure. Okay. Das sieht so aus. Ja, alle Fakten. Das sieht so geil aus. Ja, alle Fakten. Ja. 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 Da, da, da. Stuffs. Das ist ein schickes. Gut. Ein Zielfernrohr. Nice. Gut, es scheint aber nur ein Gudi-Raum gewesen zu sein, aus irgendwelchen Gründen. Ich dachte, hier können wir nichts weiter. Ja. Oh, ne, war nur Gudi. Ah, okay. Wofür haben wir die scheiß Schlüsselkarte gebraucht? Gut, die Quest. Äh, ich glaub, für die Fähigkeit, hier mit hinzukommen? Wegen der Traben und so? Keine Ahnung. Ja, hier geht's weiter. Wo ist sie hier? Auf einer Anleitung. Ach da. Die Kamera. Kann man nicht mal abschließen. Ah, hier. Vor dem... ...Pseudo-Kommunisten-Poster. Und sonst ist hier nichts. Okay. Heute sind sie wieder stuck. Und... ...nochmal... ...Werkzeug-Kasselkasten. Echt, wo? Äh, haben wir gefunden gehabt? Lade ich grad ein. Nein, 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 nein! Er hat alle Lebensmittel ruiniert! Oh! Haben Sie gehört? Futsch! Es ist alles Futsch! Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was soll das denn heißen? Das Fleisch ist überall um uns herum. Leckeres Fleisch. Finger und Zehen und Nasen. Hey! Wo wollen Sie hin? Was ist denn in Sie gefahren? Hey! Jeder muss verstehen. Wir müssen wissen. Sie müssen... ...Essen! Nein! Hm... Mach jetzt! Mach jetzt! Mach ja! So... Ich muss jetzt erstmal... Was denn? Ähm... Hm, Raketenwerfer weg ist. Weil der ist echt böse. Ah, nehm ich ihn. Aber jetzt kann ich meinen Ripcores auch schmeißen. Was ist die Frage? Kann ich sie schmeißen oder muss ich sie schmeißen? Hm... Ich muss sie schmeißen. Okay. Tut's auch. Was ist das? Strasse Hilfe ist ein Krampfworn. Benutzen wir schon mal Strasse Hilfe. Äh... Joa... Wann eigentlich? Mord ich eigentlich? Genau, dann kann ich euch abnehmen. Hast recht. Hast recht. Kann ich auch irgendwo... Da... Strasse Hilfe. Richtig krank. Hilfen wir noch mit vollem Zoom. Okay. Hilfen aber auch ist kacke. Ja. Und wir warten jetzt. Schadens... Könnte man, ne? Sonst noch einfach... Sonst noch Sicherheitsschützen. Äh... Kommt fast Schadensboost. Kostet 100 Wolfram. Haben wir ja schnell da. Also ich hab das Wolfram nicht, leider. So, haben wir's. Denke schon. Jo. Dann... Hauptziegen wieder befolgen. Ja. 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 Wow. Disco. Wow. Gute Güte. Disco. Okay. Die sind glaube ich fast recht besser als die Strände. Hiiii. Hiiii. Ruck ruck ruck. Ja sind episch. Ich bin echt episch wütend. Die zerstören sofort die Beine des Gegners. kann nicht mehr laufen schmeißen wir auch gleich ein her ist egal ich weiß nicht aufsammelt hier also das ist wirklich ein ziemliches problem au hä ich weiß nicht ich glaube ich habe mir selbst geschadet mit dem oh ja warte ich muss sie nochmal ausprobieren nö willst du mir helfen? doch bei der explosion ja ja medipacks verbrauchen jetzt habe ich gar keine mehr hier waren wir ja schon da ist es ja genau depo 212 ich muss mir kurz ein minipacks herstellen sorry ja warum gehe ich nicht aus dem post komplett leer ist ja was zu zurückgekommen ohne dass ich gesehen hätte ja die platine wohl ich glaube ich stelle mir gar nicht mehr die kleinen her ja ja die kleinen nur verkaufen große Apotheker ich habe einen Erfolg oh Gott jo gibt es einen Anzug Stand? nö gibt kein neuen Ah, doch. Ich hab noch ein Upgrade für die Panzerung. Achso, okay. Ah, jetzt hab ich kein Wolfmann mehr. Und ne Torx-Stange. Oder hast du eine? Ich hab ne Torx-Stange. Okay. Die sind glaub ich sowieso geteilt. Ich hab zwei Mann, jetzt hab ich noch eine. Du hast eigentlich gewendet. Ah, nee. Jetzt kämpfen. Ah nein, die tun mir ja weh. Ich vergesse das immer. Ach, diese Radezeit. Ja. Genau, Mann, da. Ach, diese Radezeit. Ja. Oh, da ist sowas minder und laufend, dass der denn... ...weil ich eine Verlangenung muss eigentlich nicht sein, kann man da fast fast so dran brüchtern als wie meine. Also... Hm. Du bist seltsam, du bist seltsam. Hä? Hm, was? Ich hab rotes Signal auf dem Superbot. Heißt absolut nichts ist da. Oh. Nie gesehen vorher. Ah. Dann fahren wir mal wieder zurück. Na, aber wo... Ja. Gibt's denn nicht noch andere Stellen? Was sind das mittlere? Verriegelt. Und das aufriegelt. Okay, ja. Dann gehen wir mal. Ach jo. Impulskraft aktiviert. Zur Grube. Ach, ja. Ach, ja. Aber ich sag' muss, die ist erstaunlich langsam eigentlich. Ja. Geht ab und zu mal 4.500 und 6.000 und dann 17. Also... Am Tachometer. Was? Ein Tacho? Ach so. Ja, das rechts. Ah ja, stimmt. Kleine Ding. Ich denke das Ding. Hm. Volkan. Ah ja. Was ist das hier für ein scheiß Ort? Sagen Sie's mir. Sie haben uns hergebracht. Ja. Ich... Ich... Seh mich mal um. Kommen Sie mit? Die Hauptmission geht da. Ja klar. Bitte? Oder gibt's noch... Gibt's da noch was? Zum Sammeln? Ähm... Ja hier, das Mädel, ne? Ja, hier. Ne? Doch. Die Hauptmission geht nach links. Das ist eine Optionale. Hä? Ne, hier... Geht nach... Geht nach unten. Okay. Na ja. Gut, dann geht der andere nach oben. Okay. Hat nichts gesagt. Mhm. Was? Was war das denn gerade? Schwarzes Flackern. Ja. Äh. 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 Was? Was? Die Wände. Nein. Fallen. Wow. Dann weg. Äh. Vermütlich. Sehen Sie das auch? Wir sehen, dass wir sehen wollen, John. Was? Hä? Hä? Was meinst du damit? Isaac! Isaac! Was? Eww. 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 Das ist ja.. Eww. Happy Birthday, Dylann! Wo? Lass mich jetzt auf der Tür ab. Ah! Los! Loops 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 Und wieder so ein DGV Ah, vollkommen Ich würde überhaupt schreien können, das sind Skelette Ghouls oder sowas in der Richtung Technoghouls Ah, die hören ganz bestimmt Technoghouls Textlog Die keiner interessiert Warum hast du mir weh getan? Dylan! Was? Komm wieder Hallos Komm wieder Hallos, ja ja Hast du eigentlich das Beispiel Wörste jetzt gesehen gehabt? Oder? Nee Hier liegt ein Luftballon Ah ne, spielbar ist das Neben der Treppe Nee Ein Wasserding Ah ah Weht doch gar nichts Kann ihn hier aufheben Der liegt hier und rollt hier aber rum Ah Was? Falt Ne Weiß? Ah Geschenkpakete Und Fotos Was tut dir Harlow, ey? Ich weiß es nicht. Vielleicht du, du kennst dich da eh mit aus. Was soll das hin? Gar nicht. Hier wird noch gar ne Kopf von so nem Ghoul abgerissen, fast. Ah. Ja, die Gegner werden stärker. Kann die nicht. Ah, da oben ist auch noch was. Na, 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 na. Dreh, trenn. Dreh, trenn. Was? Dreh, trenn. So. Funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Oh, schon wieder. Ich kann abtreten. Was ist das? Ja. Ein bisschen dunkel hier, ey. Stört voll. Kann man gar nicht sehen, was man tritt. Ja, es ist halbwegs hell. Luke oben. Wir landen, ja. Dreh das alles nicht, ey. Mann. Ah, ein Bot. Na. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Ne, das ist toll. Untertitelung des ZDF, 2020